Ist auch egal. Ich glaub du kannst nicht mal wirklich zocken, ne? Hm? Allgemeine Abwehr eben. Was meinst du? Ich glaub du kannst nicht mal so wirklich zocken grad, ne? Warum? Das ist ein bisschen länger dauert, so mein ich das. Wie? Ja, den ganzen Schaden raushauen und so. Jaaa. Was haben wir denn hier für eine schöne, hübsche? Oh. Die nehm ich mal. Hat man das noch eine Medikin, ne? Wo war's? Dann hat der Chemiker 1 genommen. Naja. Dann halt ich mich mal für die anderen sich das hier noch wegsnecken. Ne, wir haben schon sich geheilt. Okay, okay, okay. Alles klar, Kiki. Ja. Hier ist nix drin, ne? Du steht vorbeider. Er kommt gerade nicht angreifen. Ja, ihr Bein, achten. Schießt mich doch mal an, wie immer. Ja. Ja, auch wenn ich geduckt bin, das ist auch geil. Hey. Du bist halt klein und zählich, dass wir treffen sich nicht, wenn du fliecht. Tuchst. Doch. Du trussst mich immer noch. Ja. Ja. Hier glaube ich. Ja. Das ist immer geil. Ich finde es so geil, wenn du direkt um mich springst. Oder vor mir. Ja, ich wollte gerade nur deine Nücke gucken. Hi. Wir beiden herfliegen. Gut gemacht. Aua. Irgendwas unten noch getroffen. Mal gucken, was viel drin ist. Ja, ein Charger. Wom geht es nicht weiter? Muha. Was du den gek... Uarsch. Kopfschuss. Ne. Guck mal. Forget it. Meine Güte, Alter. Jetzt geht er weg hier. Heute ist mein Tag die Dinger einzusnacken. Na. Wann super Zombies. Ich hab zwei Waffen jetzt. Okay. Ist da noch einer? Ne. Aber wieder nur einzelne, ne? Ja. Ich nehme mal. Schade. Du musst immer nur, wenn du im Safe Home bist, dann gibt's da. Ne, ne, ne. Es gibt man ja auch so welche doppelt. Ja. Aber im Safe Home als so. Ja. Aber im Safe Home als so. Aber im Safe Home gab's ja auch keine. Ne, ne. Oh. Ah. Fick dich da boomer. Ja, toll. Wollt grad schießen und dann war ich blind. War noch ein boomer. Oh ja. Schöne Waffe. Ja, toll. Scheiße. Mach ich schon. Wo die wäre nicht schlecht. Dem Fall. Hm. Schöne Waffe. Hab ich jetzt. Könnte ich gebrauchen. Vorsicht! Was denn? Das war nix. Da ist hier nur was im Brand gesetzt. Wir müssen hier. Äh, warte. Denken wir den Kram mit dem Hebel. Ja, warte mal. Kann man sich denn irgendwo hin snacken oder so? Gibt's Mutition? Moment. Äh, mach mal. Wir kommen. Woher? Überall wahrscheinlich. Boah. Ja. Da waren wir auch. Wo kommt der denn her? Danke. Der kam von hinten. Ja, kommt jetzt. Korrekt. Weil von hinten kommt er nämlich auch. Oh, da hat aber Bill grad Glück gehabt. Wieso? Der wär fast mit weggezogen vom Smoker über den Abgrund. Okay. Ah, Hilfe. Check, 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 check. Ja. Laufen wir mal. Wieso nicht? Ja. Dann geht sie mir grad nicht auf den Sack hier um in Ecke. Hilfe. Ah, Smoker war das eben. Aber das ist nicht gut. Was ist denn heute los hier mit mir? Teamwork, Teamwork, Teamwork hat er angesagt. Ich glaub, da war irgendwo ein Splitter rechts. Ja, toll. Da ist er. Ja, wir haben auch noch einen Charger hier. Ja, aber. Ich verreckt sonst gleich. Ganz schnell heilen. So, geht er. Kommt er? Luis hat, ne warte. Luis wurde grad von dem Jockey hier angejumpt, der vor ihm war. Gut, alles schon. Dank er Fleisch. ja ich bin heute sozial mit einem kleinen da vorne ja immer tag die herren nicht doch richtig doch kennen das war nicht nett von dir mein freund noch mal die tür zu jetzt tot ja bild du kommst gleich dran ja weil sich verschwindet mir die pack kommt behalte ich meine ja dann halte ich mal eigentlich eine zweitwaffe ja police bekommen wir gleich wieder adrenalin ist aber dann besser noch mehr pillen im molo molly molly habe ich aber na fängt ja ja das war aber wieder mein charger heute ja ich wollte ja auch weg geschoben nach hinten ich nicht du komm ja weil ich bin voller boomer ich weckse lieber die wacht wieder ja fahrstuhl wäre mir auch lieber und dann kommt alles das solltet ihr uns machen angekorts hätte er uns eh ich töten lassen aber hier so schön ist noch hier kommt gleich irgendwas das nächste ja bestimmt charger oder irgendwie ein jockey oder ein hunter kennt man ja schon witch ja hab's schon gehört witch 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 rennt doch nicht so weit vor ich könnte da auch runterschlagen das ist ja mal sinnvoll und jungs ja du kannst den jockey herunter schlagen als abschießen ja also nicht habt ihr eine neue haute hinten ab warte auf sofort gleich links pass auf da vorne auf der vorne da eine ecke wo kommen wir gehen hier kannst du sehen ja ich sehe immer gut aus das weiß ich ja gut ich musste mich gerade heilen deswegen du hast du den kill haben ich jetzt auch ganz schnell geworden das ist meine das ist doch nicht wahr oder da bist du nicht wahr ich bin im treppenhaus nur trotzdem wenn ich so weit vor ja das sagt jetzt richtige renne ich so weit vor ich war jetzt einfach ganz ganzes let's play einfach hier machen wir gleich in der nähe sein bist du sicher und so schnell müssen wir raus oder durch den exit raum okay wir müssen hier durch sonst kannst du das nämlich nicht machen ja ihr beiden affen hallo das hat jetzt auf jeden fall gebracht den gönne ich dir auch den ein kill ich habe auch noch drei kugeln und jetzt habe ich keine hier lang hier kommt das zählen ist ja schon da guck mal hier ja genau will bleibe ich nicht mehr auf kommst du bin schon dran nicht übel sprach der dübel und verschwand in der wand